So, wir waren jetzt gerade in der City Hall. Die ist hinter uns. Und da haben wir gerade einen Health Insurance Plan gemacht. Das ist, dass man das sicher ist. Und sie waren voll nett wieder. Obwohl ich die Scheiben, die Trennscheiben eingeschlagen habe. Ja, das war unabsichtlich. Ich wollte dir die Papiere durchgeben. Es ist nicht ganz ausgegangen. Jetzt hat es einen Sprung in der Scheiben. Ja, das war überhaupt nicht peinlich. Aber wir haben es trotzdem gekriegt. So, wir haben unser Bank-Account, also unser Bankkonto gekriegt jetzt. Und jetzt schauen wir gerade dabei, dass wir uns Wohnungen anschauen. Christian sitzt da mit unseren Umzugs-Wohnungsspezialisten im Auto. Und wir schauen uns jetzt gerade die 570, glaube ich, an. Und wir haben noch sechs weitere vor uns. Schauen wir mal, wie es uns geht. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Papsi grübelt da gerade über unsere Top3 Und was sagst du, Papsi? Isso éULT.. Entscheidungen. Schwierig.